Ich heiße Hans-Jürgen Schild, ich vertrete das Künstlerhaus in Lauenburg. Wir sind eine internationale Stipendiatenstätte, die vom Land Schleswig-Holstein gefördert wird. Wir beharbergen Stipendiaten im Bereich der bildenden Kunst, Komposition und Schriftsteller bei uns für ein halbes Jahr. Die übrige Zeit sind die Räume bei uns, also die Stipendiaten können dort kostenfrei wohnen, haben Ateliers zum Arbeiten. Die übrige Zeit des Jahres sind die Räume weitgehend leer. Wir vermieten zwar auch an Künstler, aber wir haben noch Kapazitäten und da kommen wir dann zu unserem Angebot. Das Angebot lautet, wir können diese Räume vermieten für Firmen, für Freiberufler und Geschäftsführer.